Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo-halo-lolo-lo-lo-lo! Hast du kein Schwert? Die spawnen die Creeper nur bei Nacht! Das war... das Problem! Wir hattenl eben Tag! Woah! Das kann gut sein! Fail... Epic Fail! Äh hier unten solltten wir mal ausleuchten! Wenn wir... Haben wir Kohlen? Ja, haben wir, ne? Ähm... Ich hab jetzt... Glowstone-Dinger be... promo? Ich bin fast drunter... Let it burn, Marpakker! Let it burn Ich geh mal burnen Ich geh mich mal ein bisschen bräunen Nee, das war too hard Too hard Wir bräuchten Wolle Woher sollen wir Wolle kriegen? Keine Ahnung, aber wir brauchen Wolle, das ist der Fakt Du kannst mal eben Mit mir gleich den Dungeon 2 suchen Okay Oder willst du jetzt schon mal eben vorgehen? Jetzt baut ich erstmal Wollmann Entschuldigung, oh Gott Ich sterbe Nein, tust du nicht Nein, tust du nicht Ich muss es mal wieder dramatisieren Du musst du 2 Dungeon, Dungeon 2 Wir können den gleich suchen, ja Ich will hier nur gerade mal Was machen noch Das, das, das Oh, nur logische Reintreiber Ich muss hier noch was tun Alter, was ist da los? Alter, immer diese Creeper Vorsicht, der kommt jetzt aus Wo? Voll unten So Scheiße Bisschen hat's weggeschweint Naja, nur so ein bisschen Ist ja erträglich Ja Eigentlich sollten wir warten, bis das Tag ist, weil dann haben wir hier relativ safe Alter, wie viele Creeper hier einfach nur kommen Wo, wo, wo? fackeln, mach fackeln. Wofür fackeln? Ne, für den Keller, der ist stockdunkel. Fackeln wir nicht, ne? Ganz im Ernst. Ja, ich mach dir ein paar fackeln. Danke. Aber nur 32 Stück. Wohl schon der Kohle-King bist, weißt du. Aber nur 32 Stück. Ah ja, immerhin. Soviel bin ich dir also wert. Ja, einen halben Stack. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da kommt er, kommt er, kommt er, kommt er. Ich hab sie mehr. Dankeschön. Ein bisschen ausleuchten hier. Diese Obsidian hier unten, ne? Was ist denn mit dem? Immer diese Obsidian. Hätten wir vielleicht erhöht bauen sollen? Hätten wir eine schwebende Plattform haben sollen? Was hältst du von das? Wir haben doch fast eine schwebende Plattform. Aber nur fast. Die hat immer noch ein Fundament. Das ist immer noch angradbar. Quatsch. So. Warte mal. Jetzt mach ich mal. Äh. Zack. Mushroom Stew. Ach, das ist hier essen. Aber ne. Quatsch. Das darf ich hier noch gar nicht essen. Das darf ich hier noch gar nicht essen. Und die Scheiße. Hä? Was? Was? Hallo. Ich hab grad auch meine Sound-Mutantaste. Ich war eins. Verpiss dich. So hab ich alles. Das. 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 Was? 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 Geh doch tot. Ich such jetzt Dungeon 2. Du kannst gerne weiter bauen. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Ja. Black Media. Oh. Blaise. WTF. Nein. Ah. Aber. Ist mal weggefickt. Ja. Wo ist Dungeon 2, Alter? Ich hab keine Ahnung. Ich spring hier einfach mal hin. Ich jump hier einfach mal so rum. Ich bin Phipps. Aber nur weil ich es kann. Oh. Hier ist ein Eingang. Okay. Ja. Ich weiß nicht ob das Dungeon 2 ist. Kann aber sein. Ach so. Du bist schon da. Ne. Quatsch. Hier geht's in die Mitte. Ich glaub die Mitte ist der letzte Dungeon. Warte. Hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Hier geht's noch weiter. Ne. Da möchte ich aber nicht hin. Hier geht's weiter runter. Hier ist. Rage Shadow of Citadel. Ja ne. Da würd ich jetzt nicht hingehen. Ne. Ich geh auch ganz langsam wieder weg. Was ist denn? Alter hier unten ist ja was. Was ist das denn? Was ist denn da? Was ist denn da? Ganz viele Schienen. Gravel. Power Drail. Redstone fucking. Detektion. Drail. Buch. 64. Ist alles für ein 64er Stack. Echt? Ich komm mal mit. Painting sogar. Hier Bilder. 64er Stack Bilder. Nimm alles mit. Wie geil ist das denn? Ich feier das. Ist hier im Ofen was? Ne. Aber nimm den Ofen mit. Ja den Ofen können wir mitnehmen genau. Und die Kiste auch. Die Kiste auch. Und jetzt. Dungeon 4 geh ich da rein. Dungeon 3 geh ich erstmal. Ne. Ich denk Dungeon 2. Na. Wir gehen jetzt Dungeon 3. Seriously? Ah. Jetzt haben wir so einen Creeper. Ich seh sie gar nicht. Ich bin fast tot. Ein Herz. Wie jetzt? Ein Herz. Ja. Ich hab geregelt alter. Du weißt die doch in die Lava. Ah ich ja gerade. Oh. Ich. Steinschwert regelt alter. Monster Hunter. So. Was gibt's hier? Irgendwas. Oh. 64 Stack Kohle. Der ist zu oft dich fixiert dass er mich gar nicht schlägt. Wie geil. 64 Stack Kohle in jedem Ofen. Hast du? In jedem Ofen. In jedem Ofen? Ja. Ist dein Inventar voll? Nein. Nein. Nein Craft ist zu nem Kohle Stack. Ja mach ich gleich. Also wenn der Inventar voll sein sollte. PDF. Warte gib mir mal den letzten Stack. Den wir raus holen. Warte hier. Okay. Also das ist ja schon mal ein guter Anfang hier ne. So. Das ist ja schon mal ganz nice. Hätte ich die Kohle ja gar nicht abbauen machen. Ich nehme die. Wie viel ist denn glaube ich die Alten? Oder was meinst du? Warte die eine nicht. Ich weiß nicht welche von. Nein 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 nein. Okay die war's nicht. Ich will nur alles mitnehmen. Nehmen wir die Öfen auch mit ja ne. Ah pack alles ein. Pack alles ein. Alles umsonst. Oh die verbrennen. Oh da kommen Skelette. Was? Ich bin tot. Ich bin auch tot. Aber YOLO. Warte ich und wie die. Vielleicht kann ich sie auch. Eine ist in der Lover. Äh. Leu. Ich sterbe einfach nicht. Nehm du den. Nehm du mich. Ich nehme den Zombie. Ah die schießen sich gegenseitig ab. Geil. Das schießt auf mich. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich. Der schießt auf mich. Aua. Ja. Leu. Egal wir. Äh warte wir geben aber erstmal ein bisschen was zuhause ab würde ich sagen. Ach ja stimmt ja. Brauchst du ne neue Kistchen? Du hast die doch eingesammelt oder? Ich hab noch Kisten ja. War geil alter gleich mal 64 Bilder und so. Können wir gleich mal ein bisschen was gestalten hier. Hast du die Sachen hier abgebaut? Äh wir haben keine Tür. Ja ich hab gerade nen Weg nach oben gebaut. Achso. Wie äh pfff. Theoretisch. Pfff. Hier unten müssen wir da ne Tür mal einbauen. Da müssen wir da mal dran denken. Aber ich hab auch noch ne Kiste die haben wir nicht ausgewogelt. Außen mit Kiste daneben oder dahinter oder keine Ahnung was? Äh ich baue noch eine Kiste. Ganz komment. Hier so. Danke. Alter wie viel wir einfach mal grad haben. Oh ne das schnell wollte ich noch mal. Guter Start. Guter Start. Ich baue mal den Ofen hier hin. Äh Ofen. So. Ja lass wieder los. Komm. Warte warte warte. Okay den Ofen hin. Wir müssen uns auch so ein bisschen anders haushalten. Ich will dann auf das Haus irgendwann. Egal. Ich flitze jetzt los. Bawaaan. Ich flitze jetzt los. Ha. Radikal. Radikal alter. Wir haben sie jetzt. Gibt es auch so ein Flitzer bei Fußballspielen so? Hey natürlich. Muss man wissen. Bremst du? Ja. Ich bin gut. Wenn ich regeneriere kein Leben. Wenn ich Glück habe. Wenn ich Pech habe. Ich bin tot. Du kannst dich teleportieren. Nein. Erlaube ich dir mal. Boah. Bist ja großzügig heute. Nice. Krass. Krass. Krassomatik. Ich bin schneller als du. Brabrabrabra. Ich werd nicht runterfahren. Dann hast du gleich mal im Leben. Ja ich weiß. Ich lass das doch lieber. Was ist das dann? Dann Niall rested hier. War doch nicht springen ne? O, nicht spring. Ja lass es drei gehen. Lass uns doch einfach mal laufen. Nicht nauch nicht sprinten. Weil dann verlieren wir keinen hunger. So schnell. Ah ok. Ich geh jetzt mal rechts. Ich geh, ne ich geh auch rechts. So auffällig aus. Als ob hier hinter warst. Oh. Legt mir die Eier. Was hier denn da auf ist? Leckt mir die Eier. Was? Guck hier hinter. What? Speed 2. Instantiert. Alter. Die schnappt ja alles. So, halt jetzt. Jetzt guck hier hinter noch, ob hier irgendwo noch was ist. Das war gerade richtig Glück, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass da hinter was ist. Nee. Kaum andere Seite. Ach, wir sollen ja gehen. Schneller. Schneller. Wie geil ist das denn? Hier unten sind drei Türen. Ja, guck rein. Warte mal, ich hab fucking... Bücherregale. Guck in das andere. Ah, hier ist noch eine Kiste, 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 Kiste. Oh, nice. Blätter. What? Was? Goldwerkzeug, aber ganze Truhe voll Goldwerkzeugen. Echt? Und nochmal so viele Schienen. Und Holz. Holz, Glas, Sand. Ich hab Bücher und Bücherregale. Leitern. Vier Stacks Leitern. Alter. Was ist hier denn los? Wie man sich auf einmal freut, wie ein Kleinkind. What the fuck? Wir müssen nach Hause, ich hab nicht genug Platze. Ich auch nicht, was man sieht, ich auch nicht. Alter, wie ich mich gerade freue. Wie so ein Kleinkind, Alter. Killen wir uns? Was? Ob wir uns killen? Nein. Warum nicht? Kommst du mal mit? Guck mal hier, ob du hier noch was mitnehmen kannst. Hinten. Ach du scheiße, wie viele Kisten sind hier denn? Ja eben. Hier, alles voller Goldwerkzeuge. Ach du scheiße. Wie heißt das denn? Ich installiere mir glaube ich nächste Folge meiner Minimap, damit wir uns hier mal alles markieren können. Ich nehme mir aber nur Spitzhacken glaube ich erstmal mit. Damit können wir nämlich auch Eisen und so abbauen, wenn du überlegst. Ich hab hier vier Stacks Leitern einfach mal. Und hier nochmal so viel Boosted Rails und normale Rails und Sand. Und hier so Schüsseln. Sand und alles und... Ja, dann lass uns mal halt nach Hause. Alter. Pilzfarm würde ich mal behaupten. Geht das eigentlich noch? Oder lass uns eben nach links gucken eben. Oder nicht? Solange müssen wir abkratzen. Wie? Ja auch. Ich guck jetzt mal mal nach unten, ob da was nicht viel ist. Unten waren wir doch, oder? Ne, aber nicht ganz, oder? Ja. Wo sollen wir noch lang gehen? Sieht so nach dem Altar aus, oder was? Ne, eigentlich nicht. Hier wollten wir lang gehen. Hier haben wir es aber nicht geschafft. Das ist eine Hexe. Was? Hexe. Warte, ich muss in den Zombie herkennen. Witch, 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 witch. Ich hab die Witch tot und das... Nein! Oh, schade. Aber ich leg zu Hause... So viel kann ich gar nicht ablegen. Ich mach einfach mal ein paar neue Truhen, weil wir haben ja Holz gesammelt. Hier hinten ist nichts großartiges. Wie ich mich grad freue? Ja. Alter. Leck mir die Eier, wie viele Creeper hier sind. Alter. Ich hab irgendwas Großes in die Luft gesprengt. Okay. Was ist das? Ach, der Spawner. Kann ich den abbauen? Ich bin doch. Ich freu mich. Okay, du bist beim Zombie geslained worden. Bau so viele Kisten, wie du kannst, Alter. Ja. Krass. So viel Glück, wie wir grad haben, Mann. Krass, Alter, krass. Krass, krass. So, jetzt hab ich ein paar Kisten. Warte, wir packen die Posenes irgendwo anders. Wir müssen jetzt einfach mal sortieren. Hier links in die linke Kisten packen wir die Posenes. Warte mal, wir machen gleich Schilder. Hier pack ich die Werkzeuge und Gold... Also hier pack ich die Gold-Dinger rein. Hier brauch ich erstmal Müll, den ich nicht gebrochen kann. Wir müssen gleich... Wir müssen jetzt sortieren, weil sonst kommen wir später... Du da durcheinander. Ich hab hier noch ein Schild. Soll ich die anderen Sachen vielleicht noch holen? Hier machen wir Schienen rein. Handy. Du hast angeschränkt. Ja, sorry. Guckst du denn nochmal durch die Uhrzeit? Ich guck gleich davor, warte. Dann können wir nämlich vielleicht noch eine machen. Jetzt hat er Lust. Jetzt hat er Lust. Jetzt hab ich Lust. Hast du noch Holz? Ich habe... Nee. Haben wir kein Holz mehr? Wir haben doch hier. Ja, ja, ich seh. Hast du Knochenmehl? Nee, hab ich leider nicht. Hast du Knochen? Wenn ich kein Knochenmehl habe, hab ich aber keine Knochen, Alter. Das kann doch sein. Hier hinten in die Kiste musst du die Leitung mal so machen. Aber die Bäume wachsen nicht. Alter, so viele Bücherregale. Wir müssen doch nochmal runter, das ist ja klar. Ja, natürlich. Schön gedacht. Wir machen jetzt... Okay, Leute, tschüss. Wir machen jetzt Lootfolge. Wir wenden das Projekt. Ja, wir wenden das Projekt jetzt. Lootfolge. Nein. Ja, aber in der nächsten Folge. Beeile dich. Ich beeile mich hier schon. Die Fuck-Gamme muss ich mitnehmen. Ich lass meine ganzen Werkzeuge hier, WTF. Nein, eine Spielzeug nehm ich mit. Und ein Schwert. Wo hast du das Holz hingetan? Das hab ich mal komplett... Das ist alles weg jetzt. Ja, die leg mich damit an. Das ist wirklich alles weg. Nein. Da sind noch 5 Uhr gewesen. Ja, aber... Da unten hab ich ja noch ein bisschen Holz gesehen. Also da nehmen wir jetzt auch noch... Doch, machen wir in der nächsten Folge. Boah, ich bin so excited. Ich bin so excited. Bis gleich, bis morgen. So'n Spaß. Tschüss. Tschüss.